Hallo allerseits! Herzlich Willkommen zu Rhythm Fighter! Ähm, scha- Ui! Okay... Schauen wir mal... New Game! Hehehehehe Hehehehe Hehehe Hehehe Mr. Tisco Ayo, what happened to you? You're not supposed to die at Mirabla Hehehe Beat energy Ok... Tap to the beat Press and hold the move button to keep Aha... Nach rechts Und... Ok... Now try to turn around and move towards the burger behind you Ok... Move right to charge forward Move left to try to avoid the shrooms explosion Follow the beat and tap the attack... Ah, mit X, ok... Okay... Aha... Roll... Roll forward... And don't forget... Try to run... Aha... Okay... Oh, das geht nicht immer... Press LB while under the UFO... UFO to fly to the next stage Please select your preferred control scheme Standard mode Use the directional buttons to control which way of art is facing Controls on the right side are used for moving, rolling and attacking Use keys on the left to move, roll and attack to the left Use keys on the right to move, roll and attack to the right Hmm... Versuchen wir das mal Maybe change the settings... Ok... Oh... Moment... Aha... Ok... So gehen wir... So springen wir... Links rechts... Nach oben hangen wir noch nicht... Ok... Was ist das? Loot... Ups... No damage to enemies further away... Ähm... Moment... Ok... Wir haben die Waffe ohnehin schon ausgewählt... Gut... Und wir haben... Eine... Ein Zeitlimit... Ah... Ok... Hier können wir nach unten... Next Zone... Next Zone... Gehen wir mal hier rauf... Hä? Wir verlieren hier 10 Coins... Hä? Wir verlieren hier 10 Coins... Was heißt das? How are we... was heißt das? Lass... Ouch... Oh, genau, reingesprungen. Oh. So, hier drüben. Ah, jetzt habe ich wieder vergessen. Nee, nee, nee. Beat energy. Mysterious energy that permeates the atmosphere of Bitara. Space junk. Summon one piece of space junk around you over three beads. Up to three pieces of junk may be summoned at a time upon using this item. Oh, ich sehe gerade, die Zeit läuft ab. Ich denke, ich muss hier... Oh, hier gibt es einen Shop. Oh, Magma Gloves. Ich habe viel zu wenig Geld. Ich habe alles in den Brunnen geschmissen. Blöderweise. Da ist noch einer. So, das war es mit der Zeit. Oh. Oh. Das ist... Nicht so... Einfach. Autsch. Puh, ich... kann hier nicht reviven. another revival shame. You lost all of your items, of course. Moment. Special training. 30 Trophies, ich hab hier, Hello World Ah, Rewards, New Feature, Upgrade Fighters Select Fighter Ich könnte hier Preview Upgrade Ah, kostet 20 Würde mir ein wenig Attack und HP geben Wenn ich jetzt hier drücke, sagt er, ich hab zu wenig Aber ich glaub, dass Moment, Select Fighter Aber ich glaub, mir bleibt das Ganze Und somit könnte ich jetzt Nochmal So, ich muss wieder, jetzt komm ich rein Okay Gut, Beer Battle Hier oben sehen wir die Musik Also die Musik, die Map wollte ich sagen Sehr gut Coins Coins Aiii Ja, da. Ah, das ist ein Mime. Okay, das ist auch cool. Ich kann hier auch auf der Taste bleiben, dann hüpft er weiter. Oh, da könnte ich Leben hergeben. Das finde ich aber eher nicht. Oh, das ist schön. Inferior Fireworks, Beat Cards. Each time you kill an enemy, it explodes and deals damage to enemies more than once. Okay, deal damage over time. Tactical item. Okay. Oh. Der sieht aber nicht nett aus. Das ist das. Okay. 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 Der Speed Zone ist mir egal. Ich will nur überleben. Das war auch nicht so super. Jetzt habe ich ihn fast. Ich habe ihn fast. Ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch. Das funktioniert. Ich habe ihn noch nicht. Okay. Ahaha. Damage Bonus bei 10%, Perfect Damage bei 15%, oh ein wenig Mumphi Mumphi, das nehmen wir, das ist immer gut, ok und hier können wir zur next stage gehen, oh sehr gut. 2 2 3 3 4 4 So So hier geht es zu einem Event drauf oder wie? Looks like you found a dead end right here Okay, da kann ich mich Ah, da kann ich mich teleportieren zu bereits besuchten Zonen So, Moment, jetzt will ich hier Irgendwas Storing Energy Hm, okay, ich soll jetzt hier Kann ich zum Beispiel hier hin teleporten Das ist nett Wow Dann gehen wir mal zu einem normalen Kampf nach oben Okay So 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 Seiten, wo ich hier angreifen kann. Okay, ja, ich würde sagen, das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.